Norddeutscher Rundfunk 2021 Fucking Sex! Das ist eben das Emotionale, das den Sport lebendig und liefschaftlich macht. Wenn ich die Pulsur angekommen hätte, hätte ich verschiedene Verjagten. Ich zeigte allen, dass alles möglich ist. Die Doktoren in Deutschland haben mir gesagt, meine Karriere sei vorbei. Für mich ist klar, dass ich im Hockey bleiben möchte, denn ich habe das Leben lang gemacht. Und ich weiss über das Hockey mehr als über alle anderen Sachen. Wir müssen vor der Mannschaft stehen und quasi die Saison abbrechen. Das ist nicht ganz einfach. Der HC Davos. Rekordmeister. Kult-Club. Geprägt von Kult-Trainer Arno del Curto. Go, 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 go! Nach einem grandiosen Absturz stehen die Zeichen im Juli 2019 auf Neuanfang. Der HCD will ein gewaltiges Eishockey-Projekt anstoßen. Go, go, go! Mit einer komplett neuen Crew. Reto Raffaena. Der neue Sportchef startet seine Mission. Es ist sein allererster Auftritt vor der Mannschaft. When I signed here, I was asking where do you guys wanna go? Wo wollen wir hin? Wo wollen wir hin? Was wollen wir? Was wollen wir für ein Hockey-Club sein? Das ist für mich wichtig sein. Für mich ist wichtig, dass ihr das versteht. They wanna go back on top. I wanna go back on top. Staff, I know they wanna go back on top. Now the question is, do we wanna go back on top? Be humble in this situation. I don't say don't talk about winning championships. But I don't do it. First step, go back in the playoffs. Consistency. It's a tough word. How many months until middle of April? Eight? Eight and a half? Every practice? Every day? 50 games? 24 hours? Living like a pro? Being a leader? Pff, it's tough. It's a tough job, I know. Raffainers Antrittsrede sitzt. Seine Vision ist glasklar. Es ist auch klar, was sich zuerst verändern muss. When I started here, Uff, Leadership. Leadership is a problem. Leadership is a problem. What? Look at these guys. F***, they won championships. Leadership is not a problem. And if it was one, it was one. Leadership is not gonna be a problem anymore. You guys gonna take care of it. Coach is gonna take care of it. You guys gonna take care of it. We're gonna go back on top. Gonna take a while. Maybe we're gonna be faster there. Maybe it's gonna take. Maybe we need some adjustments. But we're gonna be back. This organization is gonna be back. Das Training beginnt. Doch nicht nur die Führungscrew ist neu. Auch an der Infrastruktur wird fleißig gearbeitet. Der modernisierte Eispalast entsteht. Drinnen hat ein neuer Chef übernommen. Christian Wohlwend ersetzt den zurückgetretenen Arno del Curto. Wohlwend ist Coach und Kopf des neuen Trainerstabs. Eine One-Man-Show gibt's im neuen HCD aber keine mehr. You're gonna go all the way around here like this. You're gonna start off. Assistent Johan Lundskug. Ein erfolgsverwöhnter Taktik-Fuchs aus Schweden. Er soll die Offensive wieder auf Betriebstemperatur bringen. Valtteri Imonen. Wohlwends zweiter Assistent. Ein akribischer Spezialist für die Defensive. Ein Finne mit viel Erfahrung. All righty. Freude und riesen stolz. Ich meine, nicht nur ich, der ganze Staff. Ich meine, schau mal die Trainingshalle an. Du kannst aussen noch draussen hocken und es ist schön warm immer noch. Es macht mega Spaß. Christian Volvo Wohlwend. Das Projekt HCD ist die Herausforderung seines Lebens. Timing. Das Sommertraining beginnt im Spital. Hier stehen umfangreiche Leistungstests an. Der alte HCD und sein Trainer Patron sind in den Gängen des Spitals noch präsent. Morgen. Wie viel Sinn macht das eigentlich noch zwei Wochen Ferien? Hat man das nicht vor der Ferien gemacht? Andres Ambür. Der Dienstälteste hat gemischte Gefühle. Beim Arno hatten wir natürlich gewisse Sachen. Aber jetzt nicht unbedingt viel. Weil du gesehen hast, ob er auf mich geschaut, ob er einen mag oder nicht. Es nützt dir auch nicht, dass du die besten Velotesten hast. Und keinen geraden Pass geben kannst. Definitiv. Jetzt machen wir es so mit dem Computer. Aber eben an der letzten Saison darf niemand irgendwelche Ansprüche stellen, was man machen sollte. Ich meine, wenn die Saison so schlecht war, musst du jetzt einfach Klappen halten und Gas geben. Drei, eins, um. GO 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 X5 ي Almost gonna go 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 Zack on go 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 GteG imperial GteG Male Zack on go 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 come on Jack on go go goiter Penis go 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 come ve concepts Arno del Curto ist 22 Jahre lang das Gesicht des Vereins. Er ist der Übervater der Eishokistin. Jeder kennt ihn. Del Curto ist der HCD. Er war unserer Familie. Er war sehr, sehr nahe meinem Vater, aber auch meiner Grossmutter. Er ist zusammen mit meinem Vater aufgewachsen, haben zusammen Hockey gespielt über Jahre. Und er ist bei meiner Grossmutter daheim eigentlich ein und aus wie einen eigenen Sohn. Sechs Meistertitel vergolden die Epoche mit Del Curto. Er macht den Verein gross und bekannt. Die Zeit mit Arno war sensationell. Er hat einen riesigen Job gemacht mit dem HCD. Als Trainer hatte er einen Spielerpool von Spielern, die immer für ihn einen Unterschied machen konnten. Weil schlussendlich war auch der Arno nicht auf dem Eis, sondern der Spieler. Del Curto ist eine beispiellose Figur. Kontrovers, erfolgreich, populär. In einem Wort Kult. Die Statistiken, wie viele Mal man im Finale standen ist und wie viele Mal man dann auch gewonnen hat, das ist unglaublich. Ich glaube nicht, dass das irgendeiner noch wird, den wir zuhause nicht toppen können. Die Demut der Neuen ist gross. Und bei jenen, denen Del Curto zu grossen Karrieren verholfen hat, sowieso. Er hat mich als Juniorur geholt und wir durften miteinander relativ viel Erfolg feiern. Und ja, vielleicht war das nachher vorbei, diese Ära. Das Undenkbare passiert am 27. November 2018. Nach einem harzigen Saisonstart tritt Arno Del Curto ab. Der neue Coach zeigt anhand des Films Gladiator, was er erwartet. Leadership bleibt dabei das omnipräsente Thema. Und wer ist dieser Mann mit dem Beard? Normalerweise. Wer ist der Mann in unserer Mannschaft? Captain. Ja, ganz genau. Captain. Jetzt hat unser Captain nicht so einen grossen, langen Bart wie der. Und probably our Captain also doesn't stand up in the dressing room or on the ice or somewhere else. Oh my God! Machst du das, Büheli? Machst du das, Büheli, come on guys, jetzt kommen wir und... Machst du so etwas? Wahrscheinlich einer nicht. Meine Frage ist, wenn du da kommst, Büheli, gleich ein bisschen. Dann kannst du so, Büheli. Aber den, aber den, aber den, aber den... This guy, he goes. He's running down the hill, maybe to grab a second sword. And then he goes and then he fucking fights and like a maniac. And then they're running. And then maybe they get slower a little bit. And maybe some other guys will pass them. And then maybe they find, searching a tree. And then they hide. And then on the end they grab maybe a shield and then they... Is it over? Did we win? So guess. Guess. Who is important? Leadership. The guy with the beard who say, yeah, let's go and running down. Ist das der Wichtigste? Oder der? Oder ist nur die Seite wichtig und die nicht so? Huh? Alle gleich. Alle gleich. Alle gleich, Sammy. Hockey ist lange nicht so dramatisch wie dir. Aber hey, guess what? These guys, you think they had like a chance, well, today stomachache. Or my left shoulder hurts a little bit. Or whatever. Weißt du, was passiert ist, wenn die den Berg runtergesäcklet sind und gesagt haben, ich habe nicht Bauchweh. Oder ich gebe heute nur 80% oder 70%. Was ist passiert mit dem? Der ist so etwas von Mausetot gewesen. So dramatisch ist es nicht, Hockey. Aber, you can cheat yourself. Leadership is not only one guy. It's not only one guy. It's fucking the damn truth that we need everybody. Remember. You know, past life, we was all freaking warriors. Otherwise, we wouldn't be here. We wouldn't be here. We wouldn't be here. Die neue Crew lockt das Team ein erstes Mal aus der Komfortzone. Teambuilding am Klettersteig Sulzflug. Die senkrechte Felswand löst unterschiedliche Reaktionen aus. Willst du dir an der Bahnhofstrasse? Sollst du auch anstehen? Lieber dort, glaube ich, sind wir momentan. Tino Visa hat ein Problem. Höhenangst. Wenn ich die Pulsura angekommen hätte, hätte ich mich verjagd. Irgendwann musst du mal gehen, oder? Gut. Hast du Sicherheitscheck gemacht? Ja. Was ist das? Mach! Ich muss warten. Du fühlst dich nicht sicher? Ja. Du musst bleiben. Ja. Ja. Trust dir das System. Ja. Das, wie ich da oben bin, ist einfach nur, weil alle da oben sind. Es ist einfach eine Gruppendynamik entstanden. Ja. Freiwillig würde ich es nie machen. Freiwillig würde ich es nie machen. Ja. Du hast es noch gemacht, hast du dann alles andere einfach, oder? Ja. Das ist mal die Training an der Grenze. Ganz zuhinterst, im Schlepptor der Bergführer, Dino Visa. Die ganze Zeit rauf habe ich im ganzen Körper gezittert. Ja. Als ich dort oben angekommen bin, bin ich schon froh gewesen. Und er konnte mich laut schreien lassen. Morgen. Du wirst dich definitiv aufs Herz gekommen. Schon mal? Bits, Miguel. Hey. Das ist blöd, habe mir geschworen. Mach's nicht. Huck. Huck mal eins her. Und Angst, ich bleib. Ich kann mich nicht überwinden. Ja, ja, das ist. Ich gehe eigentlich noch gerne aus der Komfortzone. Und dann kann man stolz auf einen. In dieser Extremnis, in der wir es dort haben, ist es für mich schon ein bisschen... Heute habe ich schon noch Angst. Hey, Dino! Dino! Hey, hey! Hey, hey! He? Hey, hey! Hey, Dino! Komm, komm, komm! Komm, komm! Schau, komm! Die Novisa und das ganze Team sind oben angekommen. Sie haben einen ersten gemeinsamen Gipfelsturm hinter sich und damit einen symbolischen Grundstein gelegt. So ein HZD? Ja, ganz gut. Ich schreibe gross HZD. Das ist geil, ich habe gearbeitet. Bis dann. Willkommen zum ersten Liedership Group Meeting. Herzlichen Glückwunsch an die Spieler zu sein. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen honnertet fühlt. Ich möchte euch in die Management-Topiken, wo ich am Ende eine Entscheidung machen muss. Aber ich möchte euch involviert. Ich möchte euch sprechen. Ich brauche eure Meinung auf bestimmte Dinge. Phones. Ihr Garderobe nicht, am Essen nicht. Ihr Garderobe, Garderobe nicht, im Aufenthaltsraum schon. Würde ich auch nicht. Aber wenn die, die nur Helm abziehen, dann lebt das schon Telefon. Nein, this is what I need. Zum Projekt Davos gehören auch grundlegende, scheinbar banale Diskussionen. So it's from the entrance to the where we go out, to the ice, it's no phones. Locker room. We start next week, that nothing is on the wooden thing. When the players, friends or colleagues want the Garderobe to say, that's our thing. Wenn in the afternoon, when nobody is around, your kids are in there for half an hour, then you see your kids in there. I mean, part of the family, and we are not talking about that. We are talking more about people coming two times a month and just walking in there, because they used to work once, or they pay a lot, and they just think, no, no, I'm going to check everything. So. Die neue Leadership-Gruppe erarbeitet Grundregeln, die für das ganze Team gelten. This is now the Bussen-Katalog from the HC Davos. Everybody sign this. Ich glaube, die Bussen, das letzte Jahr war nicht so schlecht. Wir möchten sie ein bisschen besser umsetzen. Wir haben das letzte Jahr ein bisschen weniger umgesetzt. Aber sonst habe ich sie jetzt nicht so einen großen Schlag bekommen. Thank you, guys. Thank you. Kurz vor Saisonstarts spielt sich ein Drama ab. Der wichtige Abwehrchef Magnus Nygren verletzt sich in einem Testspiel schwer. I took a look at the knee when I was down there. I saw the patella was not where it should be. And then, I'm not the knee specialist, but I guess everyone can figure out, it's definitely not where it's supposed to be. Yeah, there was a bad feeling right away. I don't know if there was a sound of a click or if it was only in my own head, but yeah, I realized quite right away it was not like I can come back in the third period and keep playing. I know it's going to take a while. The swelling is keep moving away. It's not coming back. 36. There's only one option, you know, you got to listen to what the body and what the knee is telling you. When you feel good, you can push. And right now, I think we're in a good time. We're having absolutely no stress. And as long as it's moving forward and it's going in the right direction, then I can be patient too. The problem is here. Negrin fällt länger aus. Die Saison startet ohne ihn. Today too, when it's game, you know, like, they pack the bags, they pack down the jerseys, they're getting ready for the season start here. So then, yeah, for sure, I don't want to be in this room, but, you know, the better I spend my time in here, the quicker I will be out there too, so. Aysan schuftet der Teamleader an seinem Comeback. Wann genau der Verteidiger aufs Eiss zurückkehrt, ist unklar. Dafür verpasst Negrin kein Training seines Teams. I think it's really important for me to come here and be positive. The guys know I would love to be with them on the ice, but the day I come here with bad energy, then it's time to stay home. Von außen beobachtet Negrin, was sich alles verändert. Before, there was one guy running the whole show, and did it fantastic, nothing else. But now, there are three. Everyone has their position and doing what they're here to do, and it's not like one guy has to do it all. Now we're acting and playing like professionals. Zum Profileben gehört es auch, sich unterzuordnen. Heute ist Benjamin Baumgartner fürs Aufräumen zuständig. In Österreich ist das Riesentalent Nationalmannschaftsspieler. In Davos sitzt er getrennt vom Team im ehemaligen Massageraum. Ich glaube, das gehört ein bisschen dazu, wenn man als Junge in die erste Mannschaft kommt. Man hat noch nicht so viel zu sagen. Man ist froh, dass man dabei ist, und alles andere nimmt man in Kauf. Es ist eigentlich für mich nicht so schlimm. Ich bin trotzdem im Team dabei. Das Team ist gerade da drüben in der Garderobe, in der Großen. Vielleicht in ein paar Jahren sitzen wir dann auch dort. Dann ist es soweit. Der HCD startet in die neue Saison. Mit viel Hoffnung im Gepäck. Jetzt hatten wir eine relativ lange Vorbereitung. Jetzt ist jeder geeignet, dass es losgeht. Das Training hat heute Morgen sehr gut ausgesehen. Wenn wir jetzt nicht bereit wären, dann ... Klar ist, jetzt beginnt die neue Ära. Es ist recht vieles anders. Es ist einfach alles neu. Es war eine coole Erfahrung. Vor allem für mich. Ich hatte jahrelang den gleichen Coach. Für mich war es wie ein Clubwechsel. Ich konnte aber hierbleiben. Das ist wunderschön für mich. Ich habe sehr viel Neues dazugelernt. Das haben wir auf Video. Das Team bricht auf. Die grosse Frage bleibt. Ist der neu formierte HCD bereit für die anspruchsvolle Aufgabe? Bereit das Projekt Davos in die Tat umzusetzen? Christian Wohlwendt ist zuversichtlich. Für uns ist immer das Wichtigste, dass wir wissen, dass wir jeden schlagen können. Wenn wir so gut wie möglich spielen und 100% Leistung bringen und uns der Gegner dann gleich noch schlagen, dann haben sie noch mehr investiert als wir. Es ist eng im rollenden Zuhause. Gesprochen wird wenig. Die Spieler kapseln sich ab. Konzentration, Musik, Schlafen. Busalltag für eine Profimannschaft. Ankunft in Zürich. Die Stunde der Wahrheit naht. Nach zwei Monaten intensiver Vorbereitung steht im Hallenstadion die erste Bewährungsprobe an. Ab sofort ist die neue Führungscrew im Fokus. Das neue Zeitalter des HC Davos beginnt jetzt. Das Team setzt sofort um, was der Coach will. Die Intensität und das Paddlevel sind wahrscheinlich unvergleichbar auf der Schweiz, wie wir es hier in Davos schon vorgefunden haben. Das wurde natürlich tagtäglich eingeimpft und das macht es hervorragend. Wir wollen das Puck-Possession-Game spielen. Wir wollen die Scheibe behalten in unseren Reihen. Und es macht einfach viel mehr Spass, wenn du ein Spieler bist, mit der Scheibe spielen, als immer die Scheibe nachzuckeln. Und darum ist es auch dort. Da wissen wir, dass das sehr gerne umgesetzt wird. Und sie machen es sehr, sehr gut. Ich denke, das ist das moderne Hockey von heute. So spielen alle Top-Nationen und das ist so, wie wir auch spielen wollen. Okay, Leute. Das war nicht unsere beste Zeit so far. Aber die Zahlen sind nicht so verrückt. 10 Schatz für Zürich, 6 für uns. 4 Chancen für Zürich, 3 für uns. Aber 7 Turnovers, Leute. Und wenn das Pass-Nation nicht funktioniert, benutze mehr die Bord. Bord, Bord. Specially in der Luther-Zone. Nicht versuchen, diese Pass-Nationen zu machen. Use die Bord. Und wenn wir Ozone-Zeit haben, dann wird alles der richtige Weg gehen. So, wieder. Find die Zentren, gehen über die Bord. Chippen die Bord. Chippen die Bord. Chippen die Bord. Chippen die Bord in. Und dann gehen wir, gehen, gehen, gehen. Und Ozone gewinnen die erste Bälle. Wenn wir da sind, wir gewinnen die erste Bälle gegen diese Bälle. Und dann haben wir unsere Ozone-Play. Keine Probleme. 1-0. Leid. Perfekt. Und jetzt starten wir Hockey, Leute. Let's go! Im ersten Spiel der Saison läuft noch nicht alles wunschgemäss. Davos wankt. Aber fängt sich danach schnell wieder. Ich habe immer gesagt in der Vergangenheit, dass man einem Schweizer Mannschaftssportler einen Arschstritt geben muss, dass er sich bewegt. Und das haben wir bis jetzt die ersten vier Wochen definitiv nicht machen müssen. Die gehen von alleine. Das macht mega Spass. Dann kommt's gut. Gutes Schiff, Guys. Ist eine Verteilung ein wenig spät, ist sie dann immer Seitenwechsel gegangen. Ja. Seil der Bord. Ja. Und dann gehst du rein. Ja. Enzo. Wenn es am XD-Saison-Coverage eine Verteilung ein wenig spät ist, dann gehen wir immer Seitenwechsel. Gar nicht rein, kommst du zu Bord. Und dann gehst du rein. Kommen, Jungs. 20 Minuten. Trippuntis. Let's go. Genau so weiter. Perfetto. Wie gut. Gut, 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 gut. Im letzten Drittel verspielt der HCD seine Führung. Und stürzt völlig ab. Frust auf der Bündnerbank. Und Chaos in der Abwehr. Heute war es nicht gut. Ich bin überhaupt nicht zufrieden. Weil eben, ich habe mir erhofft, wir haben immer Mutter gespielt in den Vorbereitungen. Vor allem mit der Scheibe. Und das ist heute nicht zu wenig gut gewesen. Viel zu viel Fail-Pass, viel zu viele Turnovers. Das ist nicht gut gewesen. Erinnerungen an die schlechte letzte Saison werden wach. Der Umbau des Teams benötigt offensichtlich mehr Zeit. Auch das Stadion ist noch immer im Umbau. Die ersten acht Spiele muss der HCD deshalb auswärts bestreiten. Im Hintergrund befasst sich Stratege Raffaina damit, welche Elemente seinem Bausatz noch fehlen. Man sieht einfach auf einen Blick eigentlich, was für Spieler auch auslaufende Verträge haben. Das aktualisieren wir auch immer, wenn neue Spieler verpflichtet werden. Oder neue Spieler von den Junioren in den verschiedenen Organisationen zum ersten Mal zum Einsatz kommen. Und so hat man eigentlich auf National-League-Niveau eine sehr gute Übersicht, wie der Markt aussieht. Also die roten sind die mit den auslaufenden Verträgen und die gelten sind eigentlich die Rechtshänder. Wie sind die Mannschaften aufgestellt, wie sind die Linien aufgestellt. Das ist für mich auch noch sehr interessant, um ein bisschen zu schauen. Es ist eigentlich recht anjour. Hier haben wir jetzt so einen heute Morgen kommuniziert. Bertaccia hat unterschrieben bis 2022. Dann kann man den Punkt wegnehmen. Der ist nicht mehr auf dem Markt. Und wenn einer auf dem Markt ist und der interessant ist für uns, dann kann man dem Agenten mal anrufen und schauen, wie es aussieht. Aber wir sind in dem Prozess noch nicht sehr weit. Weil ich muss eigentlich auch unsere Mannschaft kennenlernen. Und das ist nach sieben Spielen noch schwierig. Sorry. Erfreuliche Nachrichten gibt's von Magnus Nygren. Nach drei Monaten Reha darf der Schwede zurück aufs Eis. Ich fühle mich gut. Es fühlt sich so, wie ich seit vielen, vielen Wochen in der Gym habe. Es gibt mich viel zurück, wenn ich jetzt zu skaten versuche. Wenn wir dann schauen, wie er neu zurückkommt, das ist immer ein Risiko aus einer solchen langen Verletzung. Es nimmt mich selbst ein Wunder, wie schnell er zurück ist. Eine Baustelle ist endlich beendet. Die umgebaute Heimat des Harze Davos ist ein Bijou. Magnus Nygren übernimmt beim ersten Heimspiel die Rolle als Botschafter im Fanshop. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und ihr kommt zurück? Für vier, fünf Wochen oder so. Ich hoffe so. Es bedeutet mehr als nur mein Job. Ich sehe, wie viel Passion in der Arena ist. Und in dieser kleinen Stadt, es bedeutet viel für die Leute hier. Es ist nicht viel mehr als Hockey hier. Vielen Dank. Vielen Dank. In den letzten zwei Saison waren wir nicht zu viel erfolgreich. Ich möchte ein Teil bringen, um das Team zu bringen, um ein bekanntes Klub in der Schweiz und in Europa zu sein. Wir wollen in Europa gehen, wir wollen in Europa compete, gegen die beste Teams in der Champions League. Wir haben einen großen Schritt zu nehmen, aber wir sind auf der Weg. der Saisonstart ist geglückt. Die Resultate stimmen positiv. Für Sportchef Raffaina folgen jetzt wegweisende Wochen. Für mich fängt eine interessante Zeit an, um genau in der Mannschaft zu schauen. Wer übernimmt die Leadership auf dem Eis? Wer steht auf in solchen Situationen? Wer wird nach zwei Niederlagen nervös? Wie reagieren die Trainer in dieser Situation nach zwei Niederlagen? Und, 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 und. Es wird die nächsten zwei, drei Wochen für mich sehr wichtige Erkenntnisse generieren für die Zukunft. Weil wenn man gönnt, dann sind alle happy. Und dann läuft es und dann lachen alle und dann ist eine gute Energie. Wenn man verliert, dann hat es Stund geschlagen, wo man ganz viel lernen kann. Auch die berufliche Zusammenarbeit ist für die Freunde Raffaina und Wohlwend ein Lernprozess. Wir hatten früher eine sehr enge Freundschaft. Mittlerweile sind wir so viele Stunden eigentlich auf der Eisbahn, dass es dort wirklich einfach um den Job geht, um das Professionelle geht. Und ich kann dort gut trennen. Von dem her, ja, ich bin auch mit anderen Coaches früher nahe gewesen und bin aber jetzt auch bei Christian Wohlwend und beim Coaching Staff nahe, aber nicht nahe bei der Mannschaft. Ja, ja. Hast du einen Schlüssel hier? Nein, eben nicht. Ich kriege einen erst. Sorry. Das ist der Elektroniker. Ich komme hier nicht rein. Das ist Wahnsinn. Super. Danke vielmals. Hektik kommt auf. Heute ist nicht nur das erste Heimspiel. Eine ganz besondere Ehrung steht an. Die Hockeyschweiz verneigt sich vor Andrés Ambühl. Ich glaube, solche Sachen schätze ich wahrscheinlich erst richtig. Wenn du einmal aufgehört hast, solange du spielst, spielst einfach und dann ist ein Spiel ein Spiel. Tausend Spiele in der höchsten Liga. Ambühl hat eine magische Marke erreicht und gehört nun zu einem exklusiven Kreis. Was mich am meisten gefreut hat, ist, wie die Leute die Wertschätzung nachher hatten und dann eben das Spiel, wie sie festgekommen und Freude hatten. Das hat mich vor allem gefreut und auch für die Eltern, dass sie etwas recht gemacht haben und viele geopfert haben für mich. Das Sertig. Ein verlassenes Seitental. Natur pur. In dieser rauen Umgebung wächst Andrés Ambühl auf. Der Bauernsohn zieht los und legt eine beeindruckende Karriere hin. Eine Karriere, die langsam dem Ende zugeht. Ich glaube, für mich ist klar, dass ich im Hockey bleiben will. Das habe ich so lange gemacht. Das macht mir extrem viel Freude. Und ich weiss auch, über das Hockey mehr als über alle anderen Sachen. Ambühl sammelt Erfahrungen in Nordamerika, wagt den Schritt in die NHL. Mir hat es extrem gut gemacht, einmal drei Jahre irgendwo anders zu sein, auch andere Sachen kennenzulernen und zu sehen. Und ich dachte, ich greift er wieder zurück. Und ich glaube, ein breiterer Horizont kriegt er das. Ich wusste irgendwann, dass ich wieder nach Hause komme. Und trotzdem war es nicht so einfach, wo die Entscheidung war, ob er noch zu bleiben oder wieder nach Hause gehen sollte. Und am Schluss, ja, ist halt daheim, daheim. Man kommt älter und kommen alle die nächsten Schritte. Und ja, da haben wir geheiratet und es war ein erster Schritt und jetzt geht das Leben weiter. Und ja, die Leute haben was noch sonst noch und. Die Welt von Andreas Ambühl verändert sich. Doch etwas wird immer bleiben. Ein grosser Sportler, der nie vergessen hat, wo seine Wurzeln sind. Der verspätete Einzug ins eigene Stadion verzerrt das Tabellenbild. Die Konkurrenz hat deutlich mehr Spiele und Punkte. Das beunruhigt im Bündnerland allerdings niemand. Wohlwend ist da Pragmatika. Ich schaue uns von der positiven Seite an. Und wir konnten es jetzt wirklich nutzen, um mehr mit unserer Mannschaft zu arbeiten im taktischen Bereich. Die Zeit haben wir ja gebraucht, weil wir ein paar Umstellungen gemacht haben. Ist ja logisch, wenn ein neuer Coachingstaff kommt. Erst mit dem Stock und dann boah! Hör mal raus! Schiebe an den Stock und dann raus! Was definitiv ein Nachteil war, ist der Rhythmus. Aber wenn wir jetzt wahrscheinlich eher im hinteren Bereich gewesen wären, hätten wir das als Ausrede gebracht mit dem Rhythmus. Und jetzt sind wir im Forderbereich. Darum nehmen wir die positive Variante, dass wir sagen, wir hätten es brauchen, um im taktischen Bereich ein paar Sachen anzuschauen. Das neue System beginnt also zu greifen. Wir sind ein bisschen organisierter und das glaube ich, ist sicher der Hauptunterschied. Das Projekt scheint zu funktionieren. Ja, ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen Faden in unser Spiel drin gebracht. Also gewisse Strukturen, die sich jeder daran festhalten kann. Dazu trägt ganz dem neuen Mantra der gesamte Coachingstaff bei. Johann Lonscock ist ein sehr junger, er ist noch 35 Jahre, er hat aber gleich schon 14 Jahre Coaching-Erfahrung. Er ist ein Hockeyfreak, ein normaler. Die jüngeren Coaches, die saugen alles auf, die konsumieren, andere Spiele schauen, sich austauschen mit anderen Coaches. Was ihm sicher auch viel hilft, ist, dass er lehrt war. Er kann es sehr gut erklären. Und er ist eine riesige Bereicherung in unserem Coachingstaff. Er ist nicht nur die Akte sehr gut, er ist auch Statistik, er ist auch ein Freak. Und dort hilft er uns allen, um besser zu werden. Und er ist auch ein sehr guter Walter war eine riesige Persönlichkeit als Spieler. Und als er getrennt wurde, er war in der höchsten Liga in Finnland und lange hier bei unserer Schweiz. Und er hat einfach einen riesigen Erfahrungswert. Er bringt viel Ruhe in den Coachingstaff und viele, viele, viele gute Inputs. Und das ist natürlich, ich muss keiner mehr sagen, wie ein Verteidiger muss handeln und trainieren. Der HC Davos ist unaufgeregt erfolgreich. Das Team hat einen Plan. Jeder Spieler kennt seine Rolle. Okay guys, great period. Wir hatten 15-10 shots, wir hatten 7-2 A-chance. Das ist großartig. Keep on shooting, 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 shooting all over the place. The goalie hat a lot of rebounds. Ah, you see, when we bring the puck on the net, we practice this a lot. The last few days, we have scoring chances for especially rebounds. Other thing guys, we had 12 turnovers and that we mentioned, that's the only thing where they're dangerous, on their rushes. So when we come in, bring it deep guys, when we skate in and we skate up in here in the middle, here we create the most turnovers. Ah, don't skate in here. Skate, well, they played one-on-one low. We create enough scoring chances low. Don't skate in here and create turnovers. They're waiting for this. Huh? Otherwise, perfect. Second period, outpedal them again guys. Keep on rocking, One, two, three. Perfect. Genauso. My, uh, gut. You're really scared. Schiebe aufs goal bring. Genauso. Schiebe, schiebe, genau so. You two auch. Perfekt. Weiter hin, schiebe einfach aufs goal bringen. Aufs goal bringen, aufs goal bringen und angehen. Bravo. Weiter. Let's go. Volvo in seinem Element. Der unermüdliche Mutimator. Der Antreiber. Der Energiespender. Wohlwähnt ist auch Vulkan. Wenn er ausbricht, kann es jeden treffen. Also, Feierabend. Auch die Schiedsrichter. Die Schiedsrichter. Benno. Benno. Feierabend. Benno. Ein Spiel für alle. Ein gefundenes Fressen für Journalisten. Schlussendlich ist es auch ein Spiel mit den Medien. Ungerecht behandelt. Nicht unbedingt, das ist nicht das Richtige. Ich muss ihnen einfach lächeln. Und dann selber sagen, die kennen mich gar nicht richtig. Die wissen gar nicht. Schade ist, dass sie nachher die Aussenwelt vielleicht so ein Bild haben, den sie eben hat durch die Medien. Ich habe früher, da bin ich selber geschuld, lange immer zusammenscheissen gesagt. Und das ist Kugus. Ich meine, pushen mit dem. Hey! Fucking Sex! Come on, Ralf! Fucking Sex! Du bist leidenschaftlich, indem du pushst. Du kannst ja nicht sagen, so jetzt, jetzt kommen wir und jetzt gehen wir. Sondern du sagst, come on, jetzt gehen wir und jetzt gehen wir. Weiss ich, was du auch immer sagst. Aber das ist eben das Emotionale, das den Sport so lebendig und so spannend und so leidenschaftlich macht. Aber es sind von mir aus positive, emotionelle Energie. Jubel für den jungen Benjamin Baumgartner. Der Coach freut sich über die starken Auftritte seines Züglings. Die Tour der Wiedergutmachung verläuft wunschgemäss. Nach dürren Jahren werden die Fans verwöhnt. Zufriedenheit in den Katakomben. Der Druck fällt ab. Jubel, Trubel, Heiterkeit. Und mittendrin Christian Wohlwind. Christian Wohlwind, der Familienmensch. Im Spiel mit seinen Söhnen schaltet er komplett ab. Der hektische Alltag rückt in weite Ferne. Wenn er ein Spiel verliert, dann bin ich mir, was passiert? Was passiert? Er bringt es zurück. Und wenn er ein Spiel verliert, dann wird er nicht so schrecklich. Nein, nicht all. Mein Leben ist mit Hockey. Mein zwei Kinder sind in Hockey. Mein Mann ist in Hockey. Und so mein Weekend ist all Hockey. Und so mein Leben ist viel froh. Es gibt viele froh, viele froh, bei dem Haus. Mit den Kindern. Es gibt eine sehr, positive, hervorher. Im Kongresszentrum, wo sich am WEF Wirtschaftsgrössen aus aller Welt versammeln, umwirkt Verwaltungsratspräsident Gaudenz Domenic seine Mitglieder. Wir haben eine super Crew jetzt im Sport. Aber Play-Off erreichen ist das Ziel. Im Moment sind wir gut auf Kurs, wirklich. Aber nur noch nicht zu fest euphorisch. Der mächtige Gönnerbund, der Kristall-Club, stellt dem HZE pro Jahr mehrere Millionen zur Verfügung. Im grössten Teil sind es Leute, die im Raum Zürich oder jedenfalls ausserhalb Davos, und zum schönen Teil auch ausserhalb von Graubünden, wohnen, aber hier oben ihre Ferien verbringen. Es sind schon langjährig in Davos, fühlen sich auch verbunden und irgendwo sind sie natürlich auch hockeyaffin. Das jähe Ende von Arno del Curto und die schlechte letzte Saison bewegen auch hier. Heute braucht es den Zuspruch der Geldgeber für das Projekt Davos. Fazit aus sportlicher Sicht, wie gesagt, da können wir nicht zufrieden sein. Wir hatten einen wahren Absturz, muss man schon ein bisschen sagen. Es war manchmal zum Verzweifeln, wie wir die Spiele verloren haben. Aber es ist gut rausgekommen und gleichzeitig hat man natürlich auch ein lachendes und weinendes Auge. Das lachende, dass wir die Liga halt geschafft haben. Das weinende, das ist doch eine extrem erfolgreiche Ära, die ist jetzt zu Ende. Nach dem Rücktritt von Arno und alles, ja, habe ich dann auch schon Sorgen gehabt, was da noch alles auf uns zukommt, finanziell. Die Sorgen von Präsident Domenik sind berechtigt. Die Stimmkarten erheben. Doch die Mitglieder schlucken den Bericht der Führung und sprechen ihr das volle Vertrauen aus. Und alle fehligen Enthaltungen gibt es keine. Einstimmig, danke Ihnen vielmals. Zwei Elemente, die uns wirklich helfen. Zweitens ist der Spengler-Göpselber, der einen Zusatzgewinn reinbringt, der uns hilft, ein vergleichbares Budget zu haben wie andere Clubs. Also von den, ich sage jetzt, nicht ganz wie die ganz grossen, aber irgendwo im guten Mittelfeld. Und das zweite ist da, das sind die Franken, die direkt an die Bottomline gehen, also direkt in die Mannschaft können fliessen. Dem steht ganz wenig Aufwand gegenüber, den Franken, die da reinfliessen, wie ein Stahlklub. Nach drei Monaten Leidenszeit ist er zurück. Magnus Nygren gibt im Viertelfinal des Schweizer Cup sein Comeback. Wenn du da, für 13 Wochen, und du schauen, und du analysierst, und du bist in die Gespräche, aber es hat dich nicht so oft, weil du nicht auf dem Eis in der Nacht. Es war nicht einfach, ehrlich gesagt. Ich habe mich hart gearbeitet. Ich habe mich hart gearbeitet. Ich habe viel Zeit in der Gym und andere Pläne, auch, um diese Knie zu machen, um diese Knie zu machen. Ich hatte Angst wegen meiner Bräse, wegen der Knie-Kover, ein bisschen zu tief. Aber die Zeitung ist schlecht. Es hat lange Zeit entfernt von der Spiel. Ich habe nicht ein tolles Spiel gespielt. Ich habe viel gespielt, aber es sind viele Dinge, ich muss sicher besser sein. Die Nygren-Geschichte ist dafür fantastisch. In der Overtime schießt er seinen HCD in den Halbfinal des Schweizer Cups. Was für eine Rückkehr! Was macht mich glücklich ist, dass die Knie besser fühlt. Ich zeige euch allen, dass alles möglich ist, um mit den Dritten in Deutschland zu kommen, die mir gesagt haben, dass meine Karriere vorbei ist. Es ist eine gute Geschichte, aber es ist auch eine thinne Linie zwischen Zero und Hero. Und das ist auch, dass du dich auf der Erde auf der Erde steigst. Kaum ist eine Schlüsselfigur zurück, leidet eine Ande. Oh, er hat gerettet. Dino Wieser kämpft mit Gleichgewichtsproblemen. Das sieht mich immer gegen Kinder. Seit Wochen leidet der Stürmer an den Folgen einer Gehirnerschütterung. Das tut mir gut, dass ich da unten sein kann und an meinen Sachen arbeiten kann, wo wir Sorgen machen. Das gibt mir einfach ein gutes Gefühl und bin gut aufgekommen dort unten. Dort unten in Zürich wird das Ausmass erst richtig klar. Visas Koordination ist weg. Das war bis jetzt das Schlimmste. Also bezüglich ein Spindel? Hä? Oder anderes System? Nein, das ist am strengsten für mich. Wie das Visuelle und Drillen. Der Kopf ist aber nicht stärker geworden. Nein, das geht. Ein krachender Sturz gegen die Bande. Stürmer Wieser tut sich weh. Ein zweiter, harter Zusammenprall. Eine Szene, die das Leben von Dino Wieser grundlegend verändert. Jetzt. Drei. Fuck, fünft. Jetzt. Fünft. Es ist einfach das Problem, dass ich in den letzten drei Jahren immer wieder Lampen im Kopf hatte. Ich frage mich, was ich falsch mache, dass ich immer wieder am Kopf treffen werde. Das hat sicher zu tun mit meinem Spielstil, dass ich eher tief bin und den Kopf eher unten habe. Aber Jacks gehören zum Hockey und ich bin auch einer, der gerne Jacks austeilt von dem her. Aber dass ich mich jetzt in einer Opferrolle sehe, überhaupt nicht. Dennoch gibt ihm seine aktuelle Verfassung zu denken. Ein Hockeyspieler, der um die 30 Jahre alt ist, macht sich langsam Gedanken, was nach der Karriere ist. Irgendwie habe ich auch noch das Leben nachher und ich will einfach keine Langzeitschäden haben. Das war sehr träumlich. Ja. Lange Spaziergänge bestimmen seinen Alltag. Zeit, über alles nachzudenken. Der Leidensweg zurück aufs Eis ist sehr hart und sehr happig. Darum versuche ich, mir irgendwo Kraft zu holen. Ich bin zum Glück geboren als Naturmensch und es hat mir das gegeben, dass ich in der Natur meine Kraft sammeln kann. Ich sage mir immer, was soll ich in Selbstmitleid versinken? Das hilft mir nicht. Das hilft auch sonst niemandem. Irgendwie muss man hier rauskommen. Ich finde immer den Weg, mein mental positiv zu stehen. Momentan ist seine Karriere eine Baustelle. Ob er jemals wieder aufs Eis zurückkehrt, ist offen. Das Ziel ist der Weg zurück. Für das liebe ich den Sport zu fest, dass ich jetzt einfach sagen kann, ich höre auf. Aber ich muss auch bereit sein, wenn der Körper Nein sagt, dann muss ich ihm einfach Glauben schenken und dann einfach sagen, dann muss ich eine andere Tür öffnen. Wenn es nicht geht, geht es nicht. Ich möchte einfach auch nach meiner Karriere mit meinen Kindern noch irgendwo auf den Berg laufen, ohne dass ich irgendwelche Einschränkungen habe. Wenn ich das nicht mehr anstreben kann, muss ich einfach sagen, dann muss ich das Kapitel, das ich bis jetzt hatte, abschliessen. In der Altjahreswoche zelebrierte HCD seinen Spengler Cup. Mittendrin im Gesellschaftsevent Präsident Gaudenz Domenic. Das Bündner Eishockey-Festival zieht die Sportwelt seit bald 100 Jahren in den Bann. Für das Turnier öffnete sich sogar der eiserne Vorhang. Das ist doch toll, dass man gegen internationale Mannschaften spielen kann. Zum Beispiel die russische Mannschaft hat man lange nie ausserhalb von Ausland gesehen, oder? Ausser eben am Spengler Cup. Die Tschechoslowakei ist noch gewesen, auch zu dieser Zeit schon gekommen. Das hat man nicht kommerziell gedacht. Jetzt denken alle kommerziell, das ist einfach der Lauf der Welt. Der Wert, den wir im Schweizer Eishockey bringen, ist eine grosse Promotion des Eishockey an sich. Und das ist indirekt auch sehr gut für die ganze Liga. Für die Gastfreundschaft. Mitten im munteren Socializing muss sich Domenic mit seinem neuen Stadionsponsor Peter Buser beschäftigen. Dieser äussert sich in einem TV-Beitrag abschätzig über Frauen. Sein Frauenbild, das ist einerseits einmal antiquiert, aber es ist antiquiert über einen extremen und provozierenden Mass. Und das deckt sich nicht im Ansatz mit dem, was für das wir einstehen. Ja, irgendwo gibt es eine Grenze, aber wir sind nicht primär da, um eine grosse moralische Prüfung von jedem Sponsor zu machen. Ob wir jetzt einen Kinderschänder nehmen würden, da würde ich jetzt klar sagen, nein. Nicht nur der Auftritt von Sponsor Buser sorgt für Kopfschütteln. Auch der HC Davos präsentiert sich am Spengler Cup fahrig. Coach Christian Wohlwendt verpokert sich. Er wählt eine falsche Strategie. Schont Schlüsselspieler zur Unzeit. Die Mannschaft driftet früh ab. Ernüchterung macht sich breit. Das Projekt HCD erfährt erstmalig Kritik. Der Geschäftsführer findet klare Worte. Wir sehen ja, dass unser Turnier da jetzt immer mehr richtig, sehr wichtig im Wettbewerb geht und man will gewinnen. Und dementsprechend muss man sich auch über die Strategie ein bisschen Gedanken machen. Und aus diesem Aspekt heraus kann ich das verstehen. Aus dem Aspekt heraus, dass natürlich die Leute enttäuscht sind, wenn sie nicht das Top-Lineup sehen, das verstehe ich selbstverständlich auch. Und wir wollen ja eigentlich eine Bühne schaffen, die die Leute unterhalten. Und das haben wir gestern nicht gemacht. Aber the show must go on. Während Domenic auf Nebenschauplätzen weibelt, erwartet er im Kerngeschäft einen besseren Auftritt. Die präsidiale Botschaft kommt nicht an. Der HCD versagt am Spenglerkamm. Die Fans sind enttäuscht. Coach Wohlwendt sucht nach Ausreden. Ich meine, ein Fan ist ein Fan. Und ein Fan, es gibt Fans, die Clubs unterstützen, die immer aufs Dach rüberkommen. Und trotzdem noch Fans sind und sie lautstark unterstützen. Und das sind unsere Fans, muss ich ehrlich sagen, schon ein bisschen verwöhnt. Ich meine, in den letzten zwei Jahren haben sie nicht so viel gewonnen. Dieses Jahr haben wir schon viel gewonnen. Und sind eben im Finale im Swiss Cup. Und jetzt geht es darum, haben Rambli erlebt. Wie laut sie da gewesen sind in unserem Stadion. Sie sind doppelt, dreifach so laut wie unsere Fans. Wenn jemand so emotional und offen und das Herz auf den Zungen treibt, dann sind 95% sehr, sehr positiv. Und dann gibt es Momente, wo auch als Organisation so manchmal ... Aber das ist der schmale Grad. Das Interview war für unsere Organisation nicht optimal. Der Frust sitzt tief. Das Projekt Davos, das so schön Fahrt aufgenommen hat, erlebt einen Tiefpunkt. Fehler darf man machen, gerade wenn man auch neu ist. Man sollte die Fehler nicht wiederholen, bzw. man sollte den Lehrer noch das Fehler. Man muss sich den Respekt der Fans verdienen. Und da hilft es nicht, wenn man das in den Medien gross kommentieren kann. Das Team rappelt sich in den nächsten Monaten wieder auf. Die HCD-Stars erobern die Herzen der Fans mit spektakulären Aktionen zurück. Mitte Februar wird bereits wieder gefeiert. Matthias Deddenby führt den HCD mit seinem genialen Penalty in die Playoffs. Magnus Nygren überlegt, wo er seine Karriere fortführen soll. Bleibt er in Davos oder kehrt er nach Schweden zurück? Die Familie hilft bei der Entscheidung. Es ist ein spezielles Leben. Ich denke, ich habe angefangen zu haben. Aber es ist sehr wichtig für mich, dass ich mein eigenes Leben auch haben. Ich habe meine eigene Firma in Schweden, damit ich jetzt hier arbeiten kann. Das ist okay für mich. Wollen wir die Torn machen? Nein. 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 Wir versuchen unser Bestes zu machen, die beste Situation für die Familie hier. Nach der Entscheidung geht es für Nygren zu seinem Vorgesetzten Reto Raffaina. Vielen Dank. Vielen Dank für den Liedern, den du warst am Anfang der Saison. Auch wenn du verletzt hast. Ich möchte dir sagen, dass wir als Organisation wirklich, wirklich hoffen. Wir wollen dich in der nächsten Saison auch mit uns. Die Trainerinnen und mir wirklich wollen dich behalten. Die Entscheidung hat mich und mit der Familie gemacht. Wir hatten zwei und ein halb, so in drei Jahre, great years. Vielleicht nicht die Resultate, die wir wollen. Every time on the I, especially not last year. Und das ist der Grund, warum ich die Entscheidung mache, dass ich hier nicht fertig bin. Ich möchte weitergehen. Ich möchte sein, ich möchte hier sein, ich möchte hier gewinnen. Und das ist unser zweites Zuhause. Wir sehen uns für mindestens ein Jahr mehr. Das ist großartig. Danke, Mann. Davos rollt wieder. Das Team hat die Chance, den ersten Titel mit der neuen Führungscrew zu gewinnen. Der Cup-Final gegen den Zweitligisten Ashwa steht kurz bevor. Das Projekt Davos steht vor einem ersten grossen Durchbruch. Die Bedeutung ist jedem klar. Nichts wird dem Zufall überlassen. Fokus. Total. Ja. Die Arena in Lausanne ist ausverkauft. Die Anhänger aus Davos sind massiv in Unterzahl. Die elektrisierenden Gesänge der Jurassian hinterlassen beim Favoriten Eindruck. Der Start in das so wichtige Spiel misslingt. Magnus Nügren fault ohne Not. Ausgerechnet er bringt sein Team schon früh in eine heikle Situation. Der Unterklassige schlägt eiskalt zu. Der HCD wird von Ashwa vorgeführt. Unruhe bricht aus. Der Panikmodus regiert wieder. Davos wird überrollt. Schocksteuer. Konsternation. Ratlosigkeit. Zufall! Los geht's los! Jetzt brechen wir zuerst! Okay, Jano, das ist keine erste Zeit, dass wir das Spiel aufgeben müssen. Lasst uns die nächsten 20 Minuten loswerden. Dann gingen wir diese Zeit. Zu clients, zehn. Los gehen Leute! Los geht's los! Los geht's los! Doch heute will einfach nichts funktionieren. Kurz vor dem endgültigen Untergang melden sich die Davoser zurück. Hopp, hopp, hopp! Hup, Hup! Keep pushing here, boys! It's gonna come, boys! Stick with it! Stick with it! Tatsächlich, der zweite HCD-Treffer. Kippt wohl, wenns Team den Schalter doch noch um? I believe, guys! You hold it, the match, guys! Come on, guys! Come on, yes, come on! Guys, now I wanna see every player, every player who outworked there like a maniac. In a rush, guys! We have 20 minutes of time to 2 goals to shoot. That's enough time, we believe. Enough time. But everyone wants to fight more than the outside. So far, they battled more than us. 40 minutes, they battled more than us. The last 7-8 minutes, we took over. Why? Why we skate. And don't go fucking anymore for these hits. Play hockey, go to the puck and bring the puck to the net. And everyone, every single one, believe that we win. I wanna see everybody believe that we win. Then I know, we will win, guys! Come on, guys! Let's go! Die flammende Ansprache des Chefs zeigt umgehend Wirkung. Nach dem dritten Tor glauben alle, die Demütigung abwenden zu können. We will win this game, guys! Let's go! Weit gefehlt. Die Wende gelingt nicht. Davos geht unter. We were not focused and humble enough to do the right job. We took many stupid penalties in that game again. And there is no room for that many mistakes that we did during that game. And they would do the right job too. So that's the way we had to do that. That was the time we had to have a good one. Let's go. And we will get lost that game again. Because... Another bit, eh... I have to... The medal is even here, so... I can set her in my shoe. Here, I can get her right away. I have to... I... I... I am... auf die Medaille, weil schlussendlich sind wir im Final gewesen und als einzige Mannschaft in der höchsten Liga. Und eben wie man so schön sagt, hat die Medaille immer zwei Seiten. Wenn man durchs Leben geht und einfach negativ ist, dann versucht man jetzt tausend Gründe, wieso man jetzt verloren hat und 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 ist enttäuscht. Enttäuscht sind wir auch, weil wir nicht gewonnen haben, aber es ist ein riesiger Moment gewesen. Wohlwenns Einschätzung ändert an den Fakten nichts. Die Mannschaft hat im zweiten wichtigen Moment nach dem Spengler Cup versagt. Silber ist im Sport die Farbe der Verlierer. Benjamin Baumgartner gibt nach der Pleite Vollgas. Er ist eine der Entdeckungen der neuen Führungscrew, die den Klub stabilisiert und in die Playoffs führt. Der österreichische Spielmacher wohnt eine Etage über der HZD-Geschäftsstelle. Zusammen mit Teamkollege David Barrandun führte eine WG. Was machst du denn Paprika? Und jetzt bin ich da das zweite Jahr da in der WG. Davor war ich noch im Spatgami, im Internat, habe ich ein Zimmer gehabt. Und ich bin eigentlich froh, dass ich jetzt da bin. Da habe ich eine Küche, da habe ich mein eigenes Bad, meine eigene Dusche und ja, das ist einfach gemütlicher da. Ich glaube, es ist immer gut, wenn man mit Kollegen Zeit verbringt, dass man sich ein bisschen vom Eishockey ablenkt, mal was anders macht, Spaß hat mit Freunden oder sowas. Man muss genug so ernst sein im Training und in den Spielen und sich genug konzentrieren aufs Eishockey und dann braucht man immer ein bisschen Zeit für sie. Das heutige Essen ist Nebensache. Das Coronavirus bringt seit ein paar Tagen den Spielkalender durcheinander und verursacht erste Geisterspiele. Die Playoffs stehen zur Debatte. Noch nicht entschieden habe ich. Nein, ich glaube, die Pressekonferenz läuft gerade. Jetzt bin ich gespannt, was da ausser kommt. Also wenn wir spielen, dann spielen wir mit Fans. Ich finde eh viel besser. Jetzt sind wir wieder in den Top 4 und jetzt wollen wir wieder sagen, dass wir ganz oben mitspielen können und da können die Playoffs dazu und auf das haben wir uns eigentlich alle gefreut. Anfang Saison, dass wir jetzt Playoffs sagen können, wie gut wir wirklich sind und ja, wir hoffen, dass es wirklich weitergeht und dass wir spielen können und dass wir das sagen können. Das wird jetzt aufgehoben? Nein, dann müssen Sie aufgehoben. Sie gehen davon aus, dass es am 15. aufgehoben wird. Ich bin froh, wenn es am 15. nicht, wenn Sie es weiterziehen, dann ist es fertig. Nein, das ist für dich das Samstrasse. Nein, das ist ein bisschen die Halten, können wir hoffen. Das Wetter geht am 15. Dann. Gespenstische Ruhe. Die Lage verschärft sich. Corona weitet sich zur Pandemie aus. Der Bundesrat schränkt in der Schweiz die Bewegungsfreiheit ein. Der Sport ist lahmgelegt. Ausserordentliche Telefonkonferenz der Liga. Die Verhältnisse haben sich dramatisch zugespitzt. Sportchef Reto Raffaina und Geschäftsführer Marc Giannola befürchten das Schlimmste. Nur über Abbruch jetzt. Guten Morgen miteinander. Wir haben jetzt in der Liga-Konferenz den Kampf geholt. Und wenn abgesagt wird, werden wir keine Aktivitäten mehr machen können. Sämtliche Meisterschaften des Leistungssports, National League, Swiss League und 20 Elite und 17 Elite, werden wir sofort abgebrochen. Gut. Das Unvorstellbare ist eingetreten. Ein Virus legt auch den HCD lahm. Das Projekt Davos ist auf Eis gelegt. Es ist ein schwerer Gang, den der Sportchef vor sich hat. Nach neunmonatiger Aufbauarbeit findet die Play-Off-Kür nicht statt. Der Ritterschlag nach starker Saison bleibt dem HCD verwehrt. Raffaina muss seinen Jungs die fatale Nachricht überbringen. Rä Turbo D66-100 Dam. All right guys. Shutdown of the liga. No more games. Everything is shut down. The league is going to communicate in 45 minutes. For me it was important that I can tell you guys right away. Um So, sports-wise, it's a sad moment for us. We started July 22nd in here all together, and I asked, what do you guys want to achieve? And you didn't respond on this afternoon, but you responded to me, to us, to the organization, with your daily work, with your effort, and what you did in the last couple of months, to bring this organization back. So, from the deepest of my heart, in the name of the organization as well, thank you very much for everything. Okay? We had to stand up front of the team and break the season, especially after the season we had to play. It's not very easy to play. It's not very easy to play against the staff, who really gave me a month of time. It's a result of the qualistate, but it interests me in the moment no one. It is a season-up break, which goes to me as a sports team, because it hurts for the players, and I want to know about the coaching staff. It's been a strange season. It's definitely going to be a season you remember. It's maybe not going to be with a big smile, it's going to be with very mixed feelings. Always after the season you feel empty, like everything goes down and everything is over. but this is extra. I think the right decision is made. You know, it's not good for the sport. It's not good for anyone, who likes hockey to play with. But people's health are way more important than just our game. It's perfect. It's very sad for the team, that we can finish this season. For the team building, for the whole team, it was great. It was something that could happen, for all of us, for all of us. Now it's time to take away. Maybe for always. We had a great team here in this season, in which all of us took the same track. We played a solid qualification. And I think, if we let the season go over, and maybe even in the WM, we'll see how it will continue. But yeah. I look crazy back on what we had to experience. What we didn't experience. I don't have to deal with that. I don't have to deal with that. And that's why, it was really, from A to Z, from the deepest heart, a sensational season for us. That project was done in the summer. The HC Davos would be ready, in this spring for the full healing, a thinkable story to write. This is all about to forget. It's not very important. You go home, look to your family, look to your friends, and that's now the first priority for all. Untertitelung des ZDF, 2020 Das Projekt Davos mit der Graubhündner Kantonalbank und ÖKK, der Kranken- und Unfallversicherung.